Ja, ich habe es auch tatsächlich gerade gegoogelt und in Gatorade zum Beispiel sind tatsächlich ziemlich ähnliche Sachen drin, also es ist Maltodextrin drin, es ist auch nochmal Sohzucker drin halt, Natriumchlorid, Mineralsalze, Natriumcitrat, Monokaliumphosphat, Magnesiumoxid und Emulgatoren, weiß ich nicht was das ist, der Rest ist glaube ich weniger interessant. Ich habe zum Beispiel das erste Problem schon, Magnesiumoxid würde ich jetzt nicht nehmen. Magnesiumoxid hat eine schlechte Bioverfügbarkeit und kann, wenn du zu viel davon nimmst, als Abführmittel wirken. Was ist besser? Magnesium... Citrat? Citrat, Gelat, alles außer Oxid. Einfach mal googeln, Bioverfügbarkeit Magnesium. Aber zum Beispiel in diesen ganzen Drogeriemärkten wird zum Beispiel immer Magnesiumoxid verkauft, eine Oxidverbindung. Okay, und Oxid ist genau das, was man eher nicht haben will. Ja, ja, ungefähr. Also ich würde allgemein von diesen ganzen Supplements in den Drogeriemärkten würde ich total ablassen. Da gibt es vielleicht mal ein oder zwei, die ganz gut sind. Was man zum Beispiel machen kann, man kann sich Dextrose im Supermarkt kaufen, das ist oft günstiger als von Supplementfirmen. Das mache ich zum Beispiel, ich kaufe meine Dextrose beim Drogeriemarkt. Aber ansonsten... Den Butni-Lolli mitnehmen. Ja, genau. Naja, das... Ja, genau. Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil ich glaube, wenn man so ursprünglich reinkommt, so mit mehr Supplements und sich da so ein bisschen informiert, dann denkt man so, es gibt Magnesium. So, ja, es gibt Magnesium. Und dann denkt man nicht so, dass das auch noch unterteilt wird, dass es da dann auch nochmal Unterschiede gibt. Oder es gibt Whey. Aber nein, 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 es gibt auch noch Unterschiede bei Whey. Es gibt besseres und schlechteres Whey. Und nochmal. Es gibt besseres und schlechtes Magnesium. Am Anfang denkt man einfach so, ja, Magnesium, okay, ja, ich mache ja alles richtig. Und auch wie man es nehmen muss. Ich meine, mein Vater hat jetzt zum Beispiel, das hat sich die Asoziale angehört, mein Vater... Mein Vater hat von seinem Arzt Vitamin D verschrieben bekommen. Ja. 20.000 Einheiten irgendwie alle vier Tage oder sowas, keine Ahnung. Also relativ hohe Dosierungen. Also eine Tablette hat auch 20.000 Einheiten. Und ich habe ihm gesagt, ja, Papa, du musst das mit Fett zu dir nehmen, ne? Und dann meint er so, hä, warum? Ich nehme das einfach so. Ich sage, nee, nee, das ist nicht gut. Also du musst manche Sachen einfach mit Fett zunehmen, als kleine goldene Regel. Die Vitamine, die fettlöslich sind, die ihr immer mit Hauptmahlzeiten oder wirklich Fett zu euch nehmen solltet, sind E, D, K und A. Also man kann es jetzt merken, E, D, K ist so der Merkspruch für die fettlöslichen Vitamine. E, D, K. E, D, K, wie der Supermarkt. Achso, E, D, K, okay, achso. E, D, K. Ja, okay, das ist ein besserer Merkspruch als E, D, K. Das E ist quasi doppelt, aber das sind so die fettlöslichen Vitamine. Und wenn du ein Vitamin D einfach so nimmst, ist das nicht gut. Besonders, ich habe früher auch Vitamin D echt in hohen Dosierungen genommen. Und jetzt würde ich das niemals so machen, weil ich jetzt zum Beispiel weiß, dass Vitamin D einfach auch einen Einfluss auf meinen Calcium-Spiegel hat und meine Knochen theoretisch, wenn ich es zu viel nehme, demineralisieren kann. Und dann sind meine Knochen brüchig und mir fehlt mein Calcium in meinen Knochen. So, das ist richtig scheiße. Mein Calcium-Haushalt kann einfach von der Vitamin-D-Überdosierung einfach im Arsch sein. Ich kann mir richtig schaden auch mit Supplements. Und das ist einem am Anfang gar nicht so bewusst. Und auch wie du Magnesium nimmst zum Beispiel. Ich würde jetzt niemals mehr irgendwie ein Gramm Magnesium nur vorm Schlafen gehen. Ich würde das über den Tag ein bisschen verteilen und dann am Abend die größte Menge nehmen. Halt solche ganzen Sachen. Es gibt halt Sachen, die du einfach timen kannst. Ich würde vor dem Abend gehen auch keine riesige Fettmenge mehr essen zum Beispiel. Nach dem Training würde ich keine riesige Fettmenge essen. Da würde ich eher eine Kohlenhydratmenge mit leichten Kohlenhydraten essen und dann ein paar Stunden danach vielleicht fährt. Es sind einfach solche Sachen, die man vorher gar nicht checkt, mit denen man sich erst später beschäftigt. Ja, ist interessant, ne?